Ich suche den Senator Seneca. Ich bin Seneca. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Präsident Nero beschieden hat, dass sie hingerichtet werden sollen. Sie dürfen sich selbst das Leben nehmen. Das hier ist ein sehr angesehener Mann. Ihr wisst alle, wer das ist. Seneca! Seneca! Ich bin Seneca. Er glaubt doch tatsächlich, dass man im Leben mit Gnade gewinnen kann. Von heute an will ich nichts mehr von Mitleid und Nachsicht hören. Hätte ich meinen Posten als philosophischer Berater des Präsidenten aufgekündigt, Nero wäre ein noch weit schlimmerer Präsident gewesen. Er hat von mir alles gelernt, was ihn im Entferntesten zu einem Menschen macht. Strebe nach Tugend. Glück und Freude werden folgen. Schweig still! Hat er schon jemals jemand gesagt, einfach mal das Maul zu halten? Der Präsident... Er hat mich zum Tode verurteilt. Nein! Hör auf! Hör auf! Wieso steckt heute eigentlich jeder auf mich ein? Genug gesprochen. Es reicht. Sie lachen über dich. Der großartige Prediger des einfachen Lebens, der stinkreich geworden ist als Neros Ghostwriter. Ich habe mich auf ein Geschäft eingelassen, wie viele ehrbare Männer vor mir, die bereit waren, korrupte Regierungen zu unterstützen. Doch ihr wisst, ich habe das für Rom getan. Nein! Meinen bescheidensten Dank. Lebt wohl. Vielleicht gebe ich ja meinen besten Senecker, wenn ich den Sokrates spiele. Ich bin ja genomheurebereite. Ich bin ja